Hallo. Hallo. Fatale Kommunikationsstörung. Ein bisschen. Hallo liebes Volk. Seid herzlich willkommen zu einem weiteren Teil von Minecraft. What the fuck? What the fuck? Ich bin eurer Führer von Minecraft. Matthias Schwarz. Mich lasse es lieber. Mich da so was. Matthias Schwarz. Sag mal, wir wissen, dass das braucht es nicht zu betonen. Ja, aber die Zuschauer vielleicht nicht. Die Zuschauer werden das nicht wissen. Also, wenn ihr einen anderen Kanal haben wollt, als unsere zum Zuchten. Dann nimmt Führer.tv. Führer.tv Führer.tv Der beste Kanal überhaupt. Wartig liebt ihn. Ja, das ist ja tatsächlich besser. Und so. Das ist nicht mehr. Das stimmt. Wenn wir nicht. Wenn wir nicht. Wenn wir nicht. Wenn wir nicht. Ja. Und ich zog er halt nicht mit. Oder vielleicht später mal in Minecraft. Geht gerade nicht. Und Installation für dich. Interaktion für dich. Von Minecraft. Du solltest. Musiker. Für den Baum abbauen. Kann ich das Holz haben? 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 Kann ich das Holz? Ja, ich komme. Ich bin hier gerade in der Wüste. Mal. Ich glaube, ich spreche mal ein Thema. Nein, ein Thema. Ja, ich muss mal zusammen sagen. Es spricht man ja. Nämlich Windows 8.1. Schicht, 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 Schicht. Erstmal würde ich dazu was sagen. Nee, das habe ich mir das vor. Zwei Tage einfach, um zu laden. und heute also das heißt achtet wird ne da war 50 stunden danach ist der Dauer fertig und die Installation dort noch mal eine halbe Stunde also ein hoch auf Microsoft hey man ist in das Achtung 1.0 mit 8.1 ist einfach episch ja da kommt bestimmt tausende Sachen als ich habe Windows 7 es gibt viele neue Sachen zum Beispiel GF hat er auch Prozent Prozent PC automatisch hoch und weck dich so was zum Beispiel geil ja aber irgendwann hat Steuhe bei der Computer über Internet der PC hoch und stockpick aber nicht der ist aber von dem Unterlager sind von die Dauer wissen so richtig kacke alter in so überlastet wir haben schon mal so müssen zum Leben in der Hütte warum ist der Hütte weiß ich nicht aber auch schon ich bin natürlich bei der Bahnstrecke politik und ich habe nachhaltig und muss gelaufen das meint ich muss ihn nicht nur durch die Vortragung jetzt der Fall in Nölkau und Dauern Kreuzberg zu werden er machte so möchte ich mir wer war es gerade da war es gerade denn immerhin hat er mit dem Punkt gehört es nebenbei mein deutsches Volk hat doch nicht für Prozent die St das Deutsche Reich braucht ihre Kämpfer er ist eine Kämpfe es braucht Barthekämpfer Deutsche Kämpfer für das Reich ich er 0 5 500 Mark damit er bald wieder auf Europa Tournee können Uw Prozent letztes Mal da waren wir ja nicht zu erfolgreich und mit dem Fett erster Schienen so ist es immer 20 Schreiber im Grunde hallo ein hau eine Frage an euch wie kann man 0,5 erhocken mit dem Koffer war noch schreiben Prozent Wurzel 0,5 er das war's die Wurzeln bekommen zu schreiben Euro hallo hallo Skype-Bug gerade ein bisschen ja, mein Internet auch gerade ein bisschen meins nicht Alter ha-ha-ha warum lachst du so blöd meiner Rechnung nach können wir jetzt noch 40 bauen fatal ist es dagegen ja ein bisschen schon man sieht aus der Meintracht ich bin gerade die Eier die Eier mein Meintracht läuft gerade Marc Meintracht läuft gerade ich gebe die IP ein und da steht Kant blieb server Rilly was für eine Version 1 6 4 1 2 1 6 4 1 6 4 1 6 1 6 2 der Server ist auf 1 6 4 Nein Krittin jetzt spackt ein bisschen ich habe das die Staaten City kannst du da schließen Hallo 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 hat alle kommunikation ein bisschen ein bisschen wenn ich kann nicht verfolgen die einzige die richtige altert der skype anruf leicht buggy so jetzt fielten ja zeug zum bauen also gehen wir zurück zu unserem reich zum deutschen reich aber warum ist ein internet plötzlich so schlecht hörte mich ja aber es ist leicht mein skype doch irgendwie keine verbindung mehr ich höre ich noch laut und deutlich das ist schön das finde ich sehr schön jan ist noch da jan ist irgendwie raus und hier vor allem für euch die viel besser jan ist noch eine meinungsschaft aber im anruf ist irgendwie nicht mehr japan war beest du jan ist klar und ich hab ein bisschen koppel jan meinten ich muss kurz rauskommt später wieder jan ist er und jetzt bin ich alleine auf dem server ja 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 was ist es für scheiße glaube wir sollten die kaos aufnahmen werden oder nein sieben noch nach sieben minuten er wolle ja jetzt immer noch nie wieder die durchstehe gestehe schon durch ganz alleine kriegte sind ich will der aller bestes sein auf deiner seite jan ist raus und ich hab voll die gute verbindung fachler check kein skype-feedback möchte ich jetzt geben aber ich skype irgendwie sound äh ne minecraft sound an ja das hey sexy a doll wop 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 propaganda sein und k hat steht mein das bisschen krank warum hey sexy a doll ich bitte dich ja wer sieht das führer.tv nein das führer.tv gesagt das ist falsch mitsch 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 führer.tv für manche vielleicht schon mitsch also die für mich jetzt aber vielleicht hätte ich da ein paar die gerne zu sein wollten wie du oder vielleicht mit dir zusammen äh egal dankjärg deutsches Volk das deutsche Volk hast dich das weißt du schon du bist mitsch stadt mit petiert Juli schwarzen neid stark mit der pigmentiert macht die schlechter als du bist der breite so kann es auch sehen streit durch das ganze Land mitsch 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 koppelofelche verkackt DT was nicht pokémon jetzt aber verhandelt mitsch mitsch Führer.ka.tv, ich glaube, ich muss noch ein bisschen Strip-Mind. Der deutsche Strip-Mind mal wieder. Naja, er muss Rohstoffe für die Europa-Tournee sammeln. Er braucht Rohstoffe für den totale Krieg. Krieg. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. WOAH! Halt die Fresse! Halt die Fresse! Okay, gut, das hat ein 약ieren für uns zu labern. Das Niveau ist für uns sehr hoch. SOS, SOS, das Niveau sinkt! es gibt kein Niveau mehr zaubern das ist der Wahrheit warum ein Niveau das braucht doch jedes deutscher Reich Warte weil ich wenn ich sag wenn ich sag es gibt es braucht jedes deutschreich das heißt es gibt mehrere deutsche Reiche es gibt nur 1 dann hält der reichen das erreicht es für eine Artikel es sollte es lassen sollte das deutsche reich reich das deutsche reiche reich wo 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 schreibt doch mal in die Kommentare wie es richtig geht ihr habt doch Tag und Nacht gesuchtet jawohl m m nun u sechs Jahre alt Robo ein Born Point haben wir jetzt Leuchte und das ist komisch mir ist die dritte Wurzel mal was zu kommen hatte ja nirgendwo die er hatte mir die Wurzel wir wurden ein vorhanden macht es mir gar nicht das ist immer was neues ich laufgaben lassen er soll nicht drüber reden auf jeden Fall der Mathe Fick dich Mathe ich habe anstatt 1 2 geschrieben die ganze Rechnung ist Fick Fick Entschuldigung dass sie leider ist lustig Fack Mathe Fock logic läuft bei dir Läuft bei mir ja mein Mann Schiedel läuft Mathe wie am Schnürchen wisst ihr meine lieben Freunde ich bin der ist Mathe Genie der an ja in unserer Klasse der 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 ist der ist einfach nur der guckt sich das einmal an weiß worum es geht und erklärt dann gleich der Lehrerin unsere Lehrerin fragt man für mich wie ich jetzt über ihre Aufgaben gehen so ähnlich ist das auf jeden Fall 5 6 7 8 9 was kommt nach 9 11 11 11 Guck mal mal Gita hilft mir jeder Lebenslage mit Mathe läuft bei mir einfach nur ja Alter du bist Mathe Genie aber jetzt muss ich leider gehen wohin musst du gehen 3 4 6 7 8 9 10 der MoFock auch mal eine letzte Matheaufgabe ok ein bisschen zu testen weil ich weiß es natürlich ja 0,5 Z hoch minus 0,5 wie kann man das nachschreiben warte was 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 0,5 Z hoch minus 0,5 hoch minus 0,5 ist doch die Minuswurzel glaube ich warte 0,5 Z Warte 0,5 Z hoch 0 äh Ding das geht es ist Minuswurzel 0,5 Z glaube ich sicher nein bei mir kannst du dir immer sicher sein dass ich mir nie sicher bin das ist nicht so wie meins ja ich habe gesagt hat mich immer die richtige Antwort das musst du jetzt überlegen naja klar ich bin jetzt nicht derjenige der die jetzt das ganze Antworten sagt ich bin jetzt nicht derjenige der die jetzt das ganze Antworten sagt Nenner steht ja auch nur auf dem lösungsblatt drauf du musst dann kommt ich sage ich nicht so weiter der Titel hat mir die Kirche durch die Gegend nobody Teil abgelaufen hat steht es ist in der nächsten Folge Tschüssi t